Es war erst vor wenigen Tagen, als die Interpretin des Hits »Wer Liebe lebt« und der Gewinner der ARD-Schlager-Challenge, 2021, ihre Beziehung offiziell machten. Seitdem konnte man Michelle bei TV-Auftritten und Interviews kaum die höchsten Töne über ihren neuen Partner singen hören. In der Vergangenheit hatte die Sängerin nicht gerade das beste Händchen bei der Wahl ihrer Partner bewiesen. Sie hatte drei Kinder von drei verschiedenen Männern und war bereits zweimal verheiratet gewesen. Doch diesmal war alles anders, beteuerte sie. In der Vergangenheit habe ich oft gesagt, dass ich jemanden liebe. Aber erst jetzt, wo ich dieses Gefühl zum allerersten Mal erlebe, merke ich, dass das alles nichts als Unsinn war. Ihre ehemaligen Partner werden das sicherlich nicht gerne hören. Aber sie findet einfach keine passenderen Worte, um ihre derzeitigen Gefühle auszudrücken. Seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung wird vor allem in den sozialen Medien über einen Aspekt intensiv diskutiert, den großen Altersunterschied von 25 Jahren. Viele vermuten, dass es sich bei dem Liebesgeständnis um eine ausgeklügelte PR-Aktion handelt. Ein klassisches Klischee eben. Doch Michelle und Eric wollen von solchen Vermutungen nichts wissen. Wir möchten der ganzen Welt einfach zeigen, wie glücklich wir wirklich sind, betonte die Schlagerkönigin. Es wird immer Menschen geben, die mit irgendetwas nicht einverstanden sind. Ihrer Meinung nach ist die beste Antwort auf die Kritik einfach Beständigkeit. Die beiden Turteltauben lernten sich vor anderthalb Jahren bei einem Konzert kennen. Seit April 2023 sind sie ein Paar. Eigentlich hatte Michelle sich fest vorgenommen, dieses Mal nicht den ersten Schritt zu machen. Doch es kam anders. Im Kino griff die gebürtige Baden-Württemberg-Erin nach der Hand ihres Liebsten. Seitdem verbrachten sie höchstens eine Nacht in der Woche getrennt voneinander. Die Zeit schien stillzustehen, wenn sie gemeinsam waren, und das Glück, das sie fanden, war unermesslich. Sie genossen jeden Moment ihrer Beziehung und ließen sich nicht von den Zweiflern und Kritikern beirren. Michelle und Eric waren fest entschlossen, ihre Liebe zu feiern und allen zu zeigen, dass Alter und Vorurteile keine Rolle spielten, wenn es um wahre Gefühle ging. Ihr gemeinsamer Weg war von Vertrauen, Zuneigung und der unerschütterlichen Gewissheit geprägt, dass sie füreinander bestimmt waren. Vertrauen 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 Vielen Dank.